Gibt es Erinnerungen, die dich verfolgen? Vielleicht gibt es welche, die dich runterziehen. Oder welche, die dich in Zeiten größter Not stärken. Was geht hier vor? Dann gibt es noch die Menschen. Die Menschen, die dein Leben verändern. Manche bereichern es. Andere beschmutzen es mit Blut. Was willst du von uns? Wozu hast du uns herbringen lassen? Wie würdest du reagieren, wenn man deine Frau umgebracht hat? Mein Name ist Samuel Beck. Und ich bin blind. Was ist die Frau umgebracht? brutality mit Blut. Und ich bin blind. Die Frau. Und ich bin blind. Und ici mit Blut. �리ender in dreidelberg. Und hier mit Blut. Und ich bin blind.